So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich ziehe dich innerhalb von 3 Sekunden nach dem Sprinten an einem Vorsprung hoch. Ist eigentlich ziemlich simpel, nämlich einfach hier drauf zusprinten und dann zack zack einmal hochziehen und schon habt ihr wieder da 20.000 XP gesammelt. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit dem Sprinten funktioniert, auch kein Problem. Oh Gott, wie ich ein Level Up anhört. Einfach das Video angucken, wo ich schon die Aufgabe gemacht habe, wo wir im Bootcamp sind. Und wie gesagt, wenn ich euch so schon weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach in den Livestream rein. Wir versuchen allen irgendwie gerecht zu werden, aber es ist natürlich jetzt gerade nicht so einfach. Und ich denke mal, wir kriegen alle die Aufgaben zusammen hin. Ansonsten einfach in die Kommentare reinschreiben, irgendwie werde ich dir schon helfen können. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei der nächsten Aufgabe und haut rein. Die Schritte, man hört sie, man kennt es. Also in dem Sinne euch noch viel Spaß und haut rein.